Also jetzt mal noch mal nach New York zu gehen halt. Hast du mich in New York betrogen? Moment, jetzt noch mal ganz mal vorne. Es ist so, dass ich dort diesen Film machen kann. Und dass ich mich einfach in New York wahnsinnig wohl gefühlt hab. Ich weiß nicht, ich brauch das irgendwie jetzt noch mal. Der Fahrer war betrunken. Der soll mir die Scheiße mal erklären. Nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach da rüber gehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen. Das, die wir, wüsterben sind jetzt in atualem feels. Das war unser Uhlzeln. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich gekne dir. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020